Nein! Zu mir ist ein Skelett reingefallen. Yo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Last Team Standing mit meinen anderen zwei Teamkameraden aus Team Rot. Einmal Bumstoggy und GoldblockTV. Hallo. Oh, was? Wieso bin ich tot? Was denn? Wieso bin ich tot? Ja, da steht, du bist gestorben. Was? Lol. Wo warst du das letzte Mal? Ja, kürzeste Folge ever. Was? Was? Warte mal. Man darf doch auf Wiederbeleben drücken, oder? Ich weiß. Ja, ich denke schon. Ich glaube, du bist... Wenn du gerade aufnimmst und stirbst, wärst du noch gerade zu Ende. Okay, ja. Oh, fuck. Ja, ich weiß, warum du gestorben bist. Warum? Ja, hier sind Pigments. Und die machen One-Hit oder was? Warum das? Hä? Weiß ich nicht. Aber warum bin ich tot? Weiß ich nicht. Schnauers, wo bist du? Super. Ich bin jetzt gerade bei der blauen Basis, weil ich habe dort in einem Bett geschlafen. Scheiße. Das heißt, ich habe jetzt morgen Upload-Sperre. Yeah. Ja, ich hatte zweimal Upload-Sperre, weil ich zweimal gestorben bin. Super. Läuft bei euch. Zweimal hintereinander die Folgen. Am zweiten Punkt. Läuft's aber so richtig. Ja. Ich habe gehört, zweimal. Das ist das einmal. Das ist das einmal. Das schaut euch einfach in der letzten Folge an. Das ist gut. Geh deinen Namen. Geh deinen Namen, Schnachs. Scheiße. Lol. Hä, man spawnt doch nicht und ist sofort tot. Das ist doch unnormal. Ich habe einen Hund. Wenn du vom Fall kommst, glaube ich schon. Also wenn du fällst und dann, als du im Flug bist. Oh, f*** dich, du Scheisspinne. So, ich muss jetzt erstmal bei einem Handy... Ich komme zu dir, ich komme zu dir. Du bist in dieser komischen Höhle, oder? Ja, da wo mein Zeug angeblich gebaut ist. Ja, genau. Na, nur deinen Weizen habe ich abgebaut. Alter, wo muss ich denn hier abbegeben? Ging's oder rechts oder geradeaus? So, F3. Was ist denn du? Ich sehe gar nichts. Ich bin in der Höhle hier in der komischen. In der komischen Höhle, warte ich schon mal. Ja, wo man vom Wald, wo Boomstocki die Basis und ich die Basis haben. Ähm, bist du schon in unserer Stadt schon, oder? Ja, im Stadthode. Er ist direkt bei uns sogar. Okay. Ist Redstone? Okay, hier bin ich mal falsch. Nehmen wir mein ganzes Zeug mit dem Pornhinter. Okay. Dann gehe ich jetzt wieder zurück. Meine Ger... Also meine kompletten Sachen. Ich hatte ein schärfer Dreischwert. Ach, scheiße. Ich habe keine Spitzhacke mehr. Ja, du darfst dir wieder Beleben drücken. Ja, habe ich. Aber bis ich da bin, sind wahrscheinlich die Sachen weg. Ach so. Ja, soll ich dir entgegenkommen? Hm. Guck einfach mal da vor unten, also bei unserem Zaun. Guck einfach mal, ob da von mir die Sachen liegen. Okay. Ah, ich sehe... Ich sehe einen Namen. Ich sehe einen Namen. War es meine? Ja, vermute. Ich glaube, dein Pornhinter ist noch etwas weiter weg als ich. Ja, ich kann eh nicht mehr so grünen. Du hast ja eh keinen anderen auch so, aber... Doch, Pornhinter. Mann, was werfen wir denn halt außer wir? Ja. Für Glück. Werfen wir weg, scheiß Rotenecks brauche ich eh nicht. Was cool ist, ich weiß wo jede Basis ist. Ist, ist auf die grüne. Ja. Beim grünen habe ich irgendwie keine... Warum spawnen hier Zombies in unserer Hälte? Ja, die Scheißen fühlen mich auch mit. Mein Leben ist vorbei. Oh nein, ich hatte so gute Sachen dabei. Und jetzt sterbe ich. Soll ich schauen, ob wir irgendwo rauskommen? Ja. Oh, ich sehe unsere Basis, aber ich hoffe erst mal. Ich habe mich da noch mal irgendwo hochgegraden. Hier. Wo bist du da runtergefallen? Keine Ahnung, ich bin gespawnen und war tot. War das hier hin? Hexe. Ja, ich sterbe dann auch gleich wahrscheinlich. Ohne Scheiß. Wollt ihr mich verarschen jetzt? Nein. Ja, ich will dich eigentlich verarschen, ja. Wo war ich denn? Wo bin ich denn da gestorben? Nein! War das hier? Boah ey! Ich sterbe gleich. Ich sterbe jetzt. Ja, jetzt sterben hier gleich mal alle. Wieso lockst du dich aus? Ist doch verboten, oder? Ja, ich weiß. Ich weiß, ich... Ist das eigentlich... Ist... Oh nein. Ein Herz. Ein Herz. Halbes Herz. Halbes Herz. Halbes Herz. Halbes Herz. Und jetzt stirbt er. Nein! Wer hat denn hier zugebaut? Ich komme hier nicht rein. Und mich verfolgen. Und mich verfolgen, lauter Thomas. Okay. Alter, das ist für eine chaotische Folge. Hatte jemand mein Loch zugebaut, oder? Nein. Ich möchte was zu essen, bitte. Ich bin gleich nochmal tot. Hilfe. Hilfe. Oh, zum Glück. Ich habe mich eingebaut. Ich habe aber nur noch eine halbe Hungerkeule, Alter. Jetzt sterbe ich wahrscheinlich an Essen. Alter. Was ist denn hier los, Mann? Ich kann doch von hier. Okay, Leute. Wie ihr seht, sind wahrscheinlich jetzt meine kompletten Sachen weg. Von mir? Nee, ist egal. Okay, ich sneak her. Sieht jetzt einen Namen von jemand? Nee. Wormstalk wahrscheinlich? Ich bin unter der Erde, aber ober mir tümmeln sich gerade so viele Zombies. Scheiße. Nein! Zu mir ist ein Skilett reingefallen. Ich brauche dann, ob das zu essen. Mann, ey. Der scheiß Ausgang war doch hier. Ohne Scheiß. Also, bist du da quer durch eine Höhle durchgelaufen? Also, durch so Gänge? Ähm. Ich habe nämlich den Ausgang nicht gefunden. Ich habe mich einfach rausgefallen. Lukas. Ja. Warte, ich glaube da oben, der stirbt gerade. Da bist du. Ja. Bist du in der Höhle drin? Nee, ich geh jetzt hoch. Aber weil die Höhle das Problem ist, ich habe keine Werkzeuge und da wurde mit Stein zugebaut. Ja, Moment. Ähm. Okay, da kommt ein Zombie. Er brennt aber schon. Gehst du genau beim Eingang? Ja. Also, ich höre zum Gäst. Moment. Jetzt grabe ich mich ziemlich genau unter dich hin. Und dann grabe ich mich in die Höhle rein und dann grabe ich dich, dass ich dich reinkomme. Okay? Alter Scheiß, die Wandern. Sehr, sehr geil. Ich hätte noch ein paar Eisenblöcke für dich. Mann, was schmeiß ich denn weg? So. Okay, nee, warte ich. Ich bin jetzt drin. Ich muss unbedingt was essen. Bleib stehen, bleib stehen. Ich muss da reinkommen. Okay, ähm. Habe ich hier irgendwas zu essen? Okay, verrottes Fleisch. Moment, ich bin gleich drin. Ich bin gleich drin. Ja, ich habe auch verrottes Fleisch. Geil. Ich höre übelst viele Zombies. So, das pflanze ich wieder nach. Dann machen wir uns gleich hier ein Brot. Ja, geil. Was? Alter Schwede, was für ein Anfang. Oh nein, jetzt habe ich keinen Hunger mehr. Jetzt habe ich Hunger. Kein Essen mehr. Ja, kein Essen mehr. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ja. Alter, ich habe hier zum Glück noch Schärfebücher danach. Mein Dierschwert ist natürlich jetzt am Arsch. Mann, ich will auch mit dem Dierschwert. Mann. Mann, ich geh. Hallo, hallo, hallo. Oh. Boah, danke. So glücklich. Es ist Tag. Ja, jetzt ist Tag mittlerweile. Hey, guck mal. Hier. Oh geil. Ja, ich habe was für dich. Hier. Okay, lol, danke. Das ist ziemlich viel Eisen. Ich habe eine komplette Eisenrüstung verzaubert. Ja, ich hatte die auch komplett verzaubert, aber das Problem ist... Ah, da bist du. Ich sehe deinen Arm aus. Weg. Ja, ich sehe meinen schon die ganze Zeit. Nur ich komme hier fast nicht raus. Meins. Meins, 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 meins. So warte. Habe ich vor. Aber fall nicht auf mich drauf. Okay. Oh, zum Glück habe ich meine Stärke-Drei-Bogen hier gelassen. Geh weg, geh weg. Zum Glück habe ich meine Stärke-Drei-Bogen hier gelassen. Komm raus, komm raus. Ähm. Glück auf, ich bin wieder hier. Glück auf. Ja, wirklich. Was wird uns zu tun? Ich möchte es. Ich möchte es. Nein, es war ein paar. Äh, hier. Der Chest ist... Ähm. Das ist mein Chest, das ist nichts. Ey, nicht hauen, nicht hauen. Genau, nicht hauen. Hallo? Hör auf zu hauen. So. Geil. Ich bin jetzt... ...gestorben. Ich auch. Hab ich Knochenmehl? Hab ich Knochenmehl? Nee. Wer fast verhungert. Ja, ich habe meine Kiste. Meine Kiste hin. Nee, ich muss mir nur ein bisschen Dings machen. Er hat mir einen Hund gezählt. Ja, ich tu, ich tu hier meine Kiste hin. Ich wollte mir ja eigentlich eine Katze zähmen, aber ich finde keine Kapsel. Ähm. Wisst ihr, was cool ist? Ich habe eine Kartoffel. Oh, scheiße, meine Diamantspitzhack ist auch weg. Was soll die Scheiße? Können wir die irgendwie anpflanzen? Schärfe. War es Kartoffeln? Ja. Sehr, sehr, sehr geil. Super geil. Ich pflanze sie unten auf dem Feld an. Wir haben nämlich so ein kleines Feld. Hat ihr das schon gesehen? Komm mal. Komm mal mit. Bombsdruck. Ein Tod. Ich bin, ich bin super. Zwei Zonen. Neu Zonen. Wuuu. Komm. Ich habe auch noch null. Nee, ich muss jetzt hier, ich muss jetzt erstmal minen gehen. Komm hier. Komm mit. Ohne Diamanten hat mein Leben sowieso keinen Sinn mehr. Ich muss jetzt mit meinen Kisten hier bauen. Ich muss jetzt mit meinen Kisten hier bauen. Komm, ich, ähm. Komm mal mit. Ich möchte es zeigen. Komm mit, komm mit, komm mit. So, warte, 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 warte. Ich muss noch ein bisschen Holz mitnehmen. Und auf jeden Fall ein paar Steine. Gut. Ähm. Habe ich noch Fackeln oder so? Hier irgendwo musst du dich rumfucken. Mann, wir müssen hier mal einen ordentlichen Eingang machen. Ich grabe hier mal ein bisschen. Lass ich? Danke. So. Möchte da draußen die coolen Turm bauen, dass man weiß, hm, hier wohnt. Ja, ich habe hier ein Inder-Portal gemacht und dann war ich im End. Und dann habe ich einen Sattel gefunden und der ist jetzt auch weg. Nein. Ich bräuchte den Sattel. Ich habe einen Esel. Oh, geilen Esel. Ne, ich hatte, ich meinte, ich hatte keinen Sattel, aber ich hatte so eine Pferderrüstung und die wollte ich so gern haben. Was hast du da vor, da unten? Ich geh jetzt stripminen, ich brauch Diamanten. Mann, ich geh mit, ich geh mit. Ich brauch Holz. Ohne Diamantschwert, es ist PvP an. Ich möchte jetzt demnächst ein bisschen PvP-Action haben, weil es war ja so, so, es war ja, glaub ich, Dienstag letzte Woche oder so. Ich geh mit hoch. Mann, 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 Mann. Bumsauke, hast du eine Spitzsacke? Ähm, ja, eine Eisenspitzsacke. Ne Fgut, ähm, ne Normale. Warte, eine Sekunde. Achso. Ich, ich probiere jetzt mal mein glücklicher Fc-Level. So, F3. Okay, gut, Ebene 12. Dann stripmin ich hier jetzt, ja toll. Also, wenn du stirbst, dann stirb wenigstens während der Aufnahme, wenn ich es zum Ende, sonst hast du verkackt. Ja. So. Nein, ich hab mir eine Spitzsacke. So. Mhm. Mhm. Auf welcher Höhe sind wir da? Zwölf. So, soll ich mal mein Glück probieren? Aber hier sind noch keine guten. Und dann... Warte, ich komm mit dich mit meinen... Warte, ich gab mich jetzt, ähm, 3 Blatt rüber. Soll ich mal auf Level... Level 8? Was ist hier das Lötigste, was man verzauern kann? Level 8. Dein Hund folgt dir nur zur Info. Wo ist denn der, wo ist denn der, wo ist denn der? Sitz. Hinter dir. Tera. Tera. Komm her, Tera. 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 Ich nenn den jetzt Tera. Cool Name, oder? Ah, falls mal Leute kommen... Ja, super. Warte, ich hab mich so gefreut, als ich die Diamanten gefunden habe. Und jetzt ist mein Leben vorbei, ey. Ich hab die Folge gesehen mit den Diamanten. Ich glaub fünf Folgen oder so, nur gemeinsam. Hallo. Ich hab sie in der dritten Folge gefunden. Nein, nein. Passend. Och Mann, unbreaking items. Ja, immerhin. Immerhin, ne? Hast du sie länger benutzt? Ja und? Ja. Oh Mann. Dann hast du sie länger. Ich verzauber mir jetzt noch eine. Aber ich würd, wenn ich du wär, lieber auf Bücher verzaubern und dann... Ja, das kommt vor allem besser. Ja. Hey, was gräbst du hier mal rein? Ja, ich muss ja an der Seite graben. Äh, graben, graben. Wenn ich hier direkt neben dir bin. Geh weg. Man, hier ist immer ne Spitzhacken zu steuern. Efficiency und Unbreaking. Kannst du da zusammenpacken und dann hast du ne Efficiency. Unbreaking. Man, wie kommt man hier wieder raus? Ja. Geht's denn hier? Problem hab ich auch immer. Ich find auch nie wieder raus. Das Eisen verschwinde ich noch für Spitzhacken. Warum gehst du denn hier wieder hoch? Kein Plan. Mann. Ich vergesse das auch immer. Ich muss dann immer meine Aufnahme angucken und schauen, wie ich da hoch finde. Kommen wir da oben runter? Kann das sein? Ich glaub das ist jetzt die zwölfte Folge, die ich aufnehme und ich hab gerade mal heute die neunte Folge freigeschalten. Oh, ich hab gerade mal die dritte vor ein paar Tagen. Ist das noch das einzige Schwein, das hier lebt oder gibt's hier noch mehr? Nein, die spawnen hier wieder. Das ist kein Problem. Mann. Ich find hier nicht mehr hoch. Boah, Essen. Wie geil. So. Oh ja. Kann uns dann jemand sagen, wenn wir bei 15 Minuten sind? Oh, ich hab heute. Ja, wir haben noch 3 Minuten. Es wird 49. Ja. Okay. Okay. Ich hab immer minus 1 Minute für einen anderen Tag gemacht. Ich hab immer mit. Weil ich am Anfang immer drückt. Nein, also. Mann, ich möchte ja gerne hoch und in den Turm bauen, aber... Dann hab ich vielleicht 16 Minuten oder so zusammen. Das reicht einfach so. Geht ja nicht. So. Oh Mann, Leute. Wie viele? Und das Ganze. Geil. 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 Super geil. Mann, das ist nur Lapis. Ich dachte mir gerade, das ist, weiß nicht was, Diamanten oder so. You know. Geil. Hauptsache, Einstein. Hä? Aber ich begreif's nicht. Wieso kommen da solche behinderten Schweine raus? Ja, äh, hä? Wie können die denn rauskommen? Das Ender-Portal, die gehen doch nicht, ähm, durch unsere Höhle durch und dann genau da, wo ich spawn. Doch, können sie. Doch, können sie. Mittlerweile geht was. So eine volle Behinderte. Weil ich hatte mal, ich hatte mal ein Portal und dann ist da halt so eine, so ein, so ein Hühnchen neben mir gewesen. So ein Insekten war es ein Meter. Oh. Was für eine Röhre in der Geschichte. Ja. Das arme Hühnchen. Oh scheiße. Okay. Ich würde in der Folge wenigstens noch Essen zusammen kriegen. Ich habe eine Kartoffel, die ich gerne anpflanzen würde, das geht nicht, weil ich... Mann. Hättest du mir gegeben. Super Eisen. Ja, ich war es. Ich brauche kein Eisen. Verstehst du das nicht, lieber Gott? Ich schon. Ich brauche kein Eisen. Ja, kannst du mir Eisen. Gib mir das Eis, ich versuche rauszufinden. Auf Eisen. Nee, warte mal. Habt ihr schon gewusst? Wissenschaftler haben herausgefunden. Naja gut, ich brauche schon noch Eisen. Aus unserer Höhle. Hahaha. Okay. Aus dem Grund, weil man kann ja auch auf Protection 1 verzaubern. Zumindest hoffen. Wenn man es ohne Bücher macht. Und dafür ist Eisen immer gut. Ja, 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 ja. So. Er redet da gerade mit sich selbst. Kann es sein, dass es gerade wieder Nacht war? Ja, ich habe den Aufweg gefunden. Oh ja. Geil. Oh ja. In dieser Folge komme ich noch hoch. Sag ich euch. Alter dieser... Wir sind schon fertig. Alter. Am Anfang habe ich total vergessen, dass wir überhaupt Städte haben und voll friedlich sind. Ich habe mir einfach so einen Bunker gebaut und wollte so schnell wie möglich eine Rüstung haben. Aber... Ja, ich wusste gar nicht, dass wir zu... Sind wir friedlich? Ähm... Ne, wir sind nicht friedlich. Aber halt... Naja, wie soll man sagen, wir sind eigentlich nicht friedlich, aber auch nicht total aggressiv. Ich schon. Ich kenne jeden, den ich... Ich bin akkurat. Ich kenne jeden, den ich frei leute. Warn durch Erz. 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 Ich kenne eigentlich auch jeden, den ich sehe, aber... Moment, Moment, Moment. Ich hätte jetzt meine Skills ausgerüstet. Gib mir mal deine Rüstung. Ich verzauber sie dir. Ich habe 19 level. Oh ja. Geil. Danke. Und jetzt killt er mich von hinten. Das wäre geil. Aber ich habe leider kein besonders starkes Schwert. Cooles Kind, übrigens. Ja, ich habe... Ah ja. Danke. Danke. Dankei. Dankei. Kurz. Und weiter raus. Schuss sicher. Schuss sicher. Und... Und... Schuss. Okay. Hier. Ich kann mir ein Brot machen. Ich gehe die Kartoffeln anpflanzen. Oh, 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 oh. Verzaubert sind... Ist... Meine ist... Meine Hose. Ah ja. Hoppla. War keine Absicht. Entschuldigung. Meine ist sowieso besser also. Oh, dankei. Mhm. Oh, wenigstens ist fast überall Protection drauf. Also halt Protection eigentlich echt überall drauf. Ja. Ähm. Ich habe hier noch vier Seeds. Kann... Kann man auch noch irgendwie hier anpflanzen oder so. Ja, ich... Ich pflanze gerade die Kartoffeln an. Hopp. Zumindest ich vermehre sie gerade. Hm. Mein Hühnchen ist fertig. Okay. Wir haben schon ganze vier Kartoffeln. Oh. Oh, geil. Hat noch jemand Knochen. Oh, ja. Ich kann wieder rennen. Ich habe noch sechs Zombies vielleicht. Wir haben echt Essensprobleme. Ist mir gerade aufgefallen. Spielen wir hier auf... Ähm. Ähm. Normal spielen wir, glaube ich. Sonst würde man, glaube ich, nicht so schnell... Jetzt regeneriere ich wieder. Ja. Mann, ich habe... Pfeile habe ich auch. Jetzt habe ich schon wieder meine Hose vergessen. Mann. Hat jemand Wolle von euch? Ja, ich habe einen Wolle. Yeah. Ich bräuchte etwas mehr. Ich möchte nämlich... Ich bräuchte, glaube ich, Sex oder so. Ja. Okay. Jetzt habe ich... Zwei Wolle. Tausend Menschen. Okay. Deshalb redet ihr nicht mehr. Okay. Versteht sich irgendwie von selbst. Äh. Wo ist meine Hose? Hier ist meine Hose. Wir haben schon zehn Kartoffeln. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich wäre aber irgendwie dafür. Oh, ich überziehe gerade. Wir müssen die Folge dann langsam beenden. Vielleicht nehme ich jetzt auch noch eine auf. Wenn ich zu faul bin, jeden Tag aufzunehmen. Ja, man sollte... Auf Zeit. Ja. Deswegen produziere ich jetzt auch wieder vor. Und ja. Moment. Die letzte Folge war mein Crazy Daisy mit dem Ditter. Oh, scheiße, ein Skelett. Endlich. Wo bist du, ey? Hallo. Hier bin ich, hallo. Oh, hier sind sau viele. Ja, ich weiß. Die errede ich dann in der nächsten Folge. Ich disconnecte hier. Und ja, das war's mit der Folge. Tschau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's mit dem Aktien-ans出去. Du와st嘢ks. Das war's mit dem L